Hey Freunde und herzlich willkommen beim neuesten Vlog. Ich habe gerade ein kleines Problem und zwar ist an meinem MacBook Pro an der Seite so eine kleine Ecke rausgebrochen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt bzw. ich habe das Gefühl, also es ist wirklich klein und ich habe das Gefühl, es ist schon... Ich kann das gar nicht gewesen sein, weil der stand die ganze Zeit auf meinem Schreibtisch und wurde gar nicht so richtig mitgenommen. Also werde ich jetzt einfach mal bei Apple versuchen anzurufen und zu gucken, ob die das Ding vielleicht umtauschen oder auch nicht, weil das Ding ist ja erst so 2-3 Wochen alt. Bin ich mal gespannt, ob die das machen. Mein Kollege von mir, der hat bei Apple mal gearbeitet, der sagt, die machen das. Ich bin gespannt, was sagt ihr? Nehmen sie das Ding zurück, tauschen das um oder machen sie es nicht? Würde mich mal interessieren. Ich rufe da gerade an. Ich bin gerade in der Warteschleife, dauert noch ein bisschen, jetzt mache ich jetzt einfach mal einen Vlog. Was haltet ihr davon? Denkt ihr, die nehmen das oder sie nehmen es nicht? Apple Support soll eigentlich ganz gut sein. Wer weiß. Wir sehen uns morgen. Bis denn, Leute.